Angesichts der vielfältigen Anforderungen und Aufgaben des Alltages wird es heute für viele immer schwerer, ihr Herz für den Nächsten zu öffnen und Anteilnahme zu zeigen. Aber fast noch schwieriger scheint es oft, Freude zu empfinden, wenn die Arbeitskollegin befördert wird, der Nachbar ein neues Auto bekommt, jemand besonders attraktiv aussieht oder über ungewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Ihnen all das ohne Neid und Missgunst zu gönnen, ist für die meisten Menschen eher eine Herausforderung. Mudita meint aber genau das. Sie gönnt jedem das Gute und Schöne, das ihm oder ihr widerfährt. Sie ist mit Freude an fremdem Glück, ohne etwas davon für sich zu beanspruchen. Sie verdoppelt so Freude, statt sie neidisch zu beäugen. Mudita ist damit auch die Haltung gleichbleibender Heiterkeit, die trotz aller Härten des Daseins, stets auch dessen vorhandenen positiven und angenehmen Seiten würdigt und es damit erhöht und verschönt. Freude über das Glück der Anderen Manche Menschen verfügen über außerordentlich positive Eigenschaften. Manche bringen der Menschheit großen Nutzen und widmen sich Hilfsprojekten, die von Erfolg gekrönt sind. Manche haben ihre Ziele unter großen Anstrengungen und mit nicht nachlassender Beharrlichkeit verwirklicht. Wieder andere Menschen besitzen die unterschiedlichsten Talente. Freuen wir uns von ganzem Herzen über ihren Erfolg und wünschen wir uns, dass ihre Qualitäten um keinen Deut geringer werden, vielmehr bestehen bleiben und noch zunehmen mögen. Diese Fähigkeit, sich an den positiven Seiten der Anderen zu erfreuen, ist das beste Mittel, um sich nicht entmutigen zu lassen, um nicht in Gefahr zu geraten, die Welt und die Mitmenschen aus einem Blickwinkel zu betrachten, aus dem alles düster und hoffnungslos erscheint. Zugleich vermag sie Neid und Eifersucht zu kurieren, Eigenschaften, die davon zeugen, dass man eben nicht in der Lage ist, sich am Glück der Anderen zu erfreuen. Dankbarkeit, Wertschätzung und Mitfreude sind wunderbare, erfrischende Herzenseigenschaften, die in Mudita vereint sind, eine der einfachsten und erfreulichsten Praktiken, für die sich zudem laufend Gelegenheiten bieten. Ein Mensch lacht, jemand ist freundlich zu einer anderen Person, jemand hat gewonnen, jemand hat Erfolg, jemand kriegt Lob, jemand ist gesund. Alles Gründe für Mitfreude. Ein Mensch ist großzügig, jemand ist ehrlich, jemand ist weise oder gelassen. Alles Gründe für Wertschätzung. Wir haben eine warme Wohnung, wir haben genug zu essen, der Himmel fällt uns nicht auf den Kopf. Alles Gründe für Dankbarkeit. Unser Problem ist, dass wir Mudita vergessen. So wie Max beim Spaziergang mit dem Dorfpfarrer am wunderschön verschneiten See. Der Pfarrer ruft aus, ist es nicht wunderbar, wie Gott diesen See hat zufrieren lassen? Worauf Max meint, kein Kunststück im Winter. Nehmen wir zu viele Dinge für selbstverständlich? Dankbarkeit, Wertschätzung, Mitfreude sind außerordentlich wertvoll. Sie nehmen das Schöne, Heilsame und Kostbare nicht für selbstverständlich, sondern schätzen die Qualitäten, die positiven Handlungen und die guten Dinge von uns und anderen. Shantideva schrieb, Ich freue mich über die heilsamen Taten der Lebewesen, durch die sie dem Leiden entkommen. Ich freue mich an heilsamen Gedanken und Taten, die auf das Glück der Lebewesen gerichtet sind und ihr Wohlergehen verwirklichen. Und der Dalai Lama sagt, können wir Freude entwickeln über die guten Eigenschaften und Taten anderer, haben wir automatisch an der kraftvollen Energie teil, die von diesen guten Eigenschaften ausgeht. Wir können diese wunderbare Praxis in so vielen Bereichen des Alltags einsetzen. Da ist nun endlich viel mehr drin, als täglich ein bisschen zu meditieren. Wir können unseren Tag mit einer heiteren und wirklich heilsamen Haltung leben. Auf dem Weg zu mehr Verbundenheit und letztlich auf dem Weg zu tiefer Erkenntnis und innerer Freiheit. Altruistische Haltung, Großzügigkeit, Gelassenheit, weiser Humor, Dankbarkeit, Wertschätzung und Mitfreude zusammen mit ethischem Verhalten sind einige der Qualitäten, die wir im Alltag kultivieren können. So erschaffen wir eine heilsame und heitere Lebenshaltung, in der wir unbeschwerter durchs Leben gehen können und mehr Energie und Freiraum finden, um uns in allen Situationen ganz der befreienden Praxis des Dharma widmen zu können.